Hallo zusammen, heute habe ich mal wieder was tolles, was ich euch zeigen möchte und zwar ein Swingersystem aus dem Hause BKK. Wie man hier sieht mit UV-Drilling, ich persönlich mag ihn ja sehr, habt ihr vielleicht bei mir schon mal in der Angelkiste gesehen oder auf 1,2 anderen Fotos und zu dem System gibt es folgendes zu sagen. Wir haben hier drei Spikes in diesem Fall, bei dieser Größe des Systems, alle ohne Widerhaken, so dass der Fisch nicht beschädigt wird nach dem Biss, einen super dicken Stahl, der also auch überhaupt nicht kaputt zu gehen scheint und hier mit einem Druck kann ich hier das Gewicht abmachen, natürlich gibt es die Gewichte einzeln und ich kann die dann passend austauschen. Wenn ich sage, die Gewichte, ich habe noch welche von meinen alten Systemen, das möchte ich ungern eintauschen, da sind ja diese hier, ich hoffe man kann sie erkennen, sozusagen die Nummer 1 auf dem Markt und selbstverständlich kann man diese auch einfach hier dran einhängen. Das ist überhaupt kein Problem. Vorne ausgestattet mit einer Skull, so kann ich ihn, wie wir das schon kennen, einfach in den Gummifisch reinschrauben, ich mache das gerade mal hier vor und dann die Piekser hier fixieren, zack zack, ich kann ihn frei hängen lassen und wenn man jetzt so hier sieht, den nächsten da rein und schon ist es fertig. Das System selbst gibt es in vier Größen, die passenden Gummifischer, das ist jetzt dieses Modell, haben wir natürlich auch und ich denke gerade für die Hechtsaison, die jetzt begonnen hat, ein super Artikel, der auf jeden Fall einen berechtigten Platz in jeder Kiste hat. Viel Spaß damit und Petri Heil!